Hallo und herzlich willkommen beim Beatmaking.de Podcast. Heute mit Adrian, auch bekannt als Anno Domini Beats. Er wurde 1984 in München geboren und zog mit 13 Jahren nach London, so habe ich es im Internet gelesen. Heute lebt er in L.A. und ist einer der Mitbegründer des Online-Verkaufs von Beat-Lizenzen. Seine Credits reichen von deutschen Künstlern wie Bushido, Favorite, Haftbefehl oder Liquid Walker bis hin zu amerikanischen Größen wie Snoop Dogg, Rick Ross oder auch Tech N9ne. Es freut mich heute sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ich habe auch online gesehen, du hast bisher oder lange keine deutschen Interviews geführt. Ist das richtig? Ja, ich glaube überhaupt noch. Fast gar nie. Ganz am Anfang ein paar Mal, als ich noch in München gelebt habe. Aber ja, ich merke, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Das freut mich natürlich. Sehr gut und es freut mich auch natürlich, dass es hier ein deutsches Interview seit sehr, sehr langer Zeit ist. Als erstes mache ich immer mit meinen Gästen so eine kleine Reise in die Vergangenheit, um mehr über ihre musikalischen Anfänge herauszufinden. Erzähl doch mal, wann war deine Erstberührung überhaupt mit Musik, an die du dich erinnern kannst und welche musikalische Bildung hast du als Kind genossen? Also ganz früher, als ich klein war, habe ich Klavierunterricht genommen. Das war so meine Introduction in die Musikszene. Das habe ich fünf, sechs Jahre lang gemacht. Erst in Deutschland und dann bin ich mit zwölf ins Internat nach England und habe dort weiter Klavier gelernt. Mehr so klassische Sachen, ein bisschen Jazz auch dazu. Dann habe ich es wieder eine Weilelein aufgegeben. Mit 16 war es mir dann irgendwie zu viel, hat gereicht für eine Weilelein. Und ich bin nach der Schule in England an die Universität in London gegangen, habe dort Business studiert und bin dann quasi in die Musik wieder reingerutscht. Ich habe damals so eine kostenlose Software runtergeladen aus dem Netz, ich glaube Magix Music Maker oder sowas. Das war damals vor so 22 Jahren, also vor einer langen Zeit. und habe damit ein bisschen rum experimentiert, habe eine Freude gefunden an Beats basteln. Und ja, nach einer Weile habe ich angefangen, meine Beats im Internet zu posten, habe gutes Feedback bekommen. Und dann war das so der Light bulb Moment, wo ich auf einmal gemerkt habe, hey, vielleicht geht da was, vielleicht könnte man ja auch Musik machen und Produzent werden. Also es war alles überhaupt nicht ausgeplant, sondern zufälligerweise zum Produzentendasein gekommen. Okay, ja, also Magix, glaube ich, ist den Leuten im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall ein Begriff. Ist auch eine deutsche Firma, soweit ich weiß. Und auch tatsächlich mein erstes Programm gewesen. Da gab es damals die Hip-Hop Edition. Da gab es halt immer sehr viele coole Loops, aus denen man halt Beats basteln konnte. Kenne ich auf jeden Fall auch noch. Mit 19 Jahren, etwa im Jahr 2003, hast du dann begonnen, deine ersten Beat-Lizenzen im Internet zu verkaufen. Also wie kamst du überhaupt dann von dem, du hast angefangen Beats zu machen und du hast Spaß daran und gemerkt, du bist gut. Dahin, dass du gesagt hast, okay, ich verkaufe jetzt Lizenzen im Internet oder das generell im Internet. Ja, ich war damals Teil von ein paar Foren online. NP3.com, Soundclick.com, vielleicht sagt es dir auch noch was. Und dort habe ich mich zusammen mit ein paar anderen Musikern zusammengetan. Wir waren alle Hip-Hop-Fans. Die Artists wollten natürlich Beats von den Produzenten im Forum. Und da habe ich so meine ersten Connections gemacht damals. Also ich habe da zwischenzeitlich kurz in München gelebt. Das ist natürlich schwierig, dann an die US-Regale zu kommen, ins Studio zu gehen. Aber online kann man diese Connections genauso gut aufbauen. Und da haben wir ein bisschen angefangen, zusammen Musik zu machen. MySpace wurde dann auch langsam größer. Und in den Anfangstagen von MySpace war es noch relativ leicht, mit größeren Künstlern Connections aufzubauen und einfach eine Message zu schicken. Und die würden dann sogar zurückschreiben. So kam dann auch mein erstes Placement zustande mit Vinnie Pass von Jedi Mind Tricks. Das war so mein erstes großes Placement damals. Und ja, es war wirklich so, ich habe ihm einfach eine Message geschickt. Hey, ich bin großer Fan, würde dir gerne ein paar Freebeats schicken. Und das war es eigentlich auch schon. So leicht war das damals. Würdest du sagen, dein erstes Placement hat so einen Twist gegeben in deiner Musikkarriere? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, damals war ich noch sehr auf Placements aus. Und ich glaube, die meisten Produzenten meinen, dass Placements der einzige Weg ist, erfolgreich zu sein im Musikprozenten-Business. Aber ich habe da relativ schnell gelernt, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Weil es ist halt oft so, dass du, selbst wenn du das Glück hast, mit großen Künstlern eine Knäckstelle aufzubauen, bis ein Album mal rauskommt, können sechs bis zwölf Monate vergehen. Und man weiß dann die ganze Zeit nicht, welche Beats wurden auch gepickt. Und oft hast du dann deine besten Beats verschickt. Und dann kommt das Album raus und keine Beats sind auf dem Album. Das ist dann natürlich immer scheiße. Und das ist ein bisschen schwierig, ein gutes Einkommen oder verlässliches Einkommen aufzubauen, wenn man immer auf andere verlassenen sich muss. Und für mich war das halt relativ schnell klar, dass das so nicht geht. Also wenn ich das wirklich ernst nehmen will, muss ich mein eigenes Business aufbauen. Und also damals war es halt so, dass, ja gut, das Internet war damals noch relativ neu im Sinne von Musik, Online-Posten und Online-Lizenzen gab es damals überhaupt nicht. Und wir waren halt alles der ersten Produktionsteams, die damals gedacht haben, okay, wie können wir unsere Beats online verkaufen, ohne dass man halt jedes Mal sich mit den Künstlern treffen muss, ins Studio gehen, so wie also die traditionelle Producer- und Artist-Connection zusammengestellt wird. Und da waren wir tatsächlich die erste Produktionsfirma, die so einen PayPal-Buy-Now-Button auf ihrem Soundclick-Page damals mit so HTML-Code eingebaut hat, damit die Künstler da auf die Seite kommen können und direkt ein Beat kaufen. Und dann, damals haben wir die dann noch per Post verschickt, also auf eine CD gebrannt, eine Lizenz ausgedruckt und dann halt, ja, um die ganze Welt verschickt, hauptsächlich natürlich nach den USA. Und ja, von dort haben wir dann auch ein paar andere Innovationen mit eingebaut, zum Beispiel die verschiedenen Lizenzen, also non-exclusive Licenses gab es damals noch überhaupt nicht. Damals war alles exclusive, also ein Beat, ein Künstler, ein Verkauf. Da haben wir uns gedacht, okay, wenn wir jedes Mal einen Beat verkaufen und der ist dann komplett weg, dann müssen wir jeden Tag neue Beats herstellen. Und das war dann irgendwie auch ein bisschen kompliziert, weil du musst dann halt permanent neue Beats machen. Und wir haben uns gedacht, okay, wie wäre es, wenn wir non-exclusive Lizenzen verkaufen, so dass wir die Rechte an dem Beat behalten und den quasi für immer auf unserer Website stehen haben können und verkaufen. Und da waren wir dann auch die erste Produktions-Company unter Anno Domini Beats auf Salclick, die da non-exclusive Lizenzen verkauft hat. Heutzutage ist es natürlich so der Standard und viele glauben mir das nicht, dass vor 20 Jahren kein Mensch non-exclusive Verkauft hat. Aber ja, so war es. Und ja, von dem kamen dann Airbit und Beatstars und so weiter, wo heute Millionen von Produzenten non-exclusive Beats verkaufen. Ja, also auf jeden Fall für die Zuschauer, die dich vorher noch nicht kannten, haben jetzt einen guten Einblick bekommen. Ich habe auch in einem der letzten Podcast-Folgen mit Riffboy von Beatbrücke.de, das ploppt jetzt wahrscheinlich hier oben nochmal auf, ein Interview auch geführt, wo er auch gesagt hat, dass er damals im Studio saß mit Künstlern unter anderem Joe Riller, für den du ja auch Beats produziert hast. Und er hat damals, wo er, glaube ich, unter Major war, irgendwie 200 Euro bekommen für so einen ganzen Tag für so eine Studio-Session. Und das war so ein einmaliger Betrag. Und er war halt auch damals so, dass er halt natürlich unerfahren war. Aber er hat sich halt mega darüber gefreut. Er kann mit Major Artists zusammenarbeiten, hat da ein bisschen GEMA-Einnahmen und so weiter und so fort bekommen. Aber ja, das ist natürlich, sage ich mal, eine sehr, sehr, sehr schlechte Bezahlung im Vergleich dazu, was alles mit den Lizenzen möglich ist. Ich glaube, da wurden halt vielen Produzenten einfach Türen geöffnet, die heute darauf aufbauen können. seitdem hat sich der Markt aber auf jeden Fall krass verändert, würde ich sagen. Und die MySpace-Zeit ist auch lang vorbei. Facebook verliert zunehmend an Bedeutung und bei jungen Menschen sind neue Plattformen irgendwie wichtiger. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Plattform 2024 für Musiker und warum? Deine eigene Plattform. Ganz einfach. Du musst deine eigene Website und deine eigene Plattform aufbauen. Weil wenn du auf Facebook oder Instagram oder irgendwas anderes angewiesen bist, dann kann dir deine Audienz quasi über Nacht weggenommen werden. Oder du musst auf einmal bezahlen, um deine Fans zu erreichen. Der einzige Weg, in dem du deinen eigenen Traffic sozusagen besitzt, ist eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer von deinem Kunden zu erhalten. Und das kannst du eigentlich nur machen auf deiner eigenen Plattform. Weil wenn du eine E-Mail-Adresse hast, dann kannst du für immer Marketing betreiben an diese Person. Es sei denn natürlich, er will nicht mehr Teil von deinem Newsletter sein oder was auch immer. Aber auf Facebook, zum Beispiel vor zehn Jahren oder sowas, waren Facebook-Fanpages riesig. Auf einmal hat Facebook das Ganze abgedreht und gesagt, okay, wenn du jetzt deine eigenen Fans erreichen willst, auf deiner eigenen Fanpage, dann musst du uns bezahlen. Du musst Facebook-Ads machen. Und das Gleiche passiert im Moment auf Instagram. Das Gleiche ist auf TikTok bestimmt in der Zukunft genauso. Auf YouTube sowieso mit dem Algorithm und so weiter. Und du wirst halt nie in einer Position sein, wo du angewiesen bist auf andere Plattformen, weil die, ja, wie gesagt, überall auch könnten die deine Page zumachen. Sie könnten deinen Zugang zu deiner Fanbase abschalten. Von daher bin ich großer Fan davon, immer deine eigene Plattform zu bauen. Okay, was würdest du denn da konkret jetzt Leuten empfehlen, was sie als eigene Plattform benutzen können? In dem Cymetics-Interview ging es um Shopify, über Clickfunnels wurde geredet, auch WordPress. Unsere Seite tatsächlich läuft über WordPress, einfach weil WordPress noch relativ einfach ist, ohne programmatische Kenntnisse, aber man sehr, sehr viel machen kann. Es gibt Plugins, die dieses ganze Beat-Lizenz-Ding und die Erstellung dieser Lizenzen automatisch regeln. Das ist schon sehr geil. Aber was würdest du empfehlen? Ja, eigentlich ist es gar nicht mal so wichtig, was für eine Plattform du benutzt, ob es WordPress ist oder irgendeine andere Sache. Das Wichtigste ist einfach, dass du einen Weg findest, den Traffic selbst zu besitzen. Also, wie gesagt, wenn du eine E-Mail-Adresse von deinem Kunden bekommst, ist das Gold wert. Und es ist eigentlich relativ leicht, sowas auf die Beine zu stellen, zum Beispiel mit einem Download-Gate oder sowas. Ich würde ein paar Freebeats hergeben für eine E-Mail-Adresse und dann läuft es eigentlich relativ einfach. Dazu kann man dann später noch Paid-Ads machen über Facebook oder Instagram oder sowas, um mehr Leads für sein Business zu bekommen. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall diese E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer, damit man wirklich Marketing betreiben kann. Yes. Ein Begriff, der in den letzten Jahren bei Produzenten immer irgendwie mehr und mehr sich verbreitet hat, ist Free-for-Profit-Type-Beats. Also sprich, dass man Beats bekommt, die man als Künstler kostenlos zur kommerziellen Verwendung benutzen darf, ohne dem Produzenten dafür etwas zu bezahlen. Aber dafür bekommt man als Produzent auf jeden Fall die E-Mail-Adresse. Denkst du, das ist immer noch eine gute Methode? Welche anderen Methoden kennst du, fallen dir ein? Kannst du vielleicht noch den Zuhörern mitgeben? Ja, ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich finde sowieso diese ganzen so No-Free-Beats-Produzenten sind sie ja hinter der Zeit. Aber es gibt auch viele andere Alternativen. Man muss nicht unbedingt Beats hergeben. Man kann sich Gedanken machen, was brauchen Künstler sonst noch? Von Mixing- und Mastering-Tutorials bis hin zu was weiß ich, Record-Label-Lists, Promotion, Marketing-Tools, alles Mögliche. Ich meine, als Produzent ist man ja eigentlich sein eigenes Business. Und als Business muss man sich Gedanken machen, was braucht mein Kunde? Und der Kunde braucht nicht nur Beats, sondern alles drumherum auch. Das ist ja nicht so, dass der Anfang und das Ende vom Künstler-Dasein ein Beats einen Track aufnehmen und das war's. Sondern es gibt noch vieles drumherum. Und heutzutage gibt es Millionen von Produzenten, die alle genau das Gleiche machen. Sie stellen nur ihre Beats online und meinen, sie würden sich von alleine verkaufen, nur weil sie einen guten Sound haben. Aber so ist es halt eben leider nicht. Deswegen muss man sich halt wirklich Gedanken machen, wie kann ich den Künstlern weiterhelfen und wie kann ich mich von den anderen Produzenten ein bisschen abheben und was leisten, was andere vielleicht nicht können oder nicht wollen. Yes, du unterrichtest ja auch selbst auf Englisch, im englischsprachigen Bereich zusammen mit Legendbeats seit einigen Jahren schon über Funnels und E-Mail-Marketing. Über E-Mail-Marketing haben wir jetzt schon gesprochen, aber Funnels, für die Leute, die das vielleicht noch nie vorher gehört haben, die Produzenten nicht sagen, hä, was ist ein Funnel? Kannst du kurz erklären, was das ist und warum es deiner Meinung nach so wichtig ist, als Produzent sich dieser Technik, sage ich mal, also diese Technik zu benutzen? Ja, also es gibt ein paar Konzepte, die wichtig sind, wenn man über Funnels spricht. Ein Funnel Online ist quasi eine sehr simple Webseite, wo du als Kunde wirklich nur eine Action auf jeder Seite machen kannst. Also wenn du auf eine Standard-Webseite gehst, beatstars.com oder sowas, siehst du tausende von verschiedenen Links, überall Optionen, Dropdown-Menus und als Kunde, wenn ich nach Beatstars gehe, bin ich dann erst mal verwirrt und klicke mich halt irgendwie durch. Vielleicht lande ich bei irgendeinem Produzenten auf der Seite und kaufe dann mal was, aber die Conversion-Rates sind halt sehr mickrig. Auf einer Funnel-Webseite kann ich wirklich nur eine Sache machen. Die erste Funnel-Webseite ist vielleicht ein Download-Gate, wie gesagt, gib deine E-Mail-Adresse ein für ein Freebeat. Ja oder nein? Das war's. Also keine Links, keine Distractions, nichts außer dieser einen Option. Ja oder nein? Klicken. Wenn du weitergehst in den Funnel, auf der nächsten Seite kommt vielleicht, würdest du auch gerne ein Paket von zehn weiteren Beats kaufen. Ja oder nein? Wieder nur eine Option. Sehr simpel. Und das Coole daran ist halt, dass die Conversion-Rates viel höher sind. Statt 0,01 Prozent auf BeatStars ist es dann halt auf einmal 5 Prozent von Leuten, die auch wirklich was kaufen, weil sie, ja, im Marketing sagt man, ich weiß jetzt nicht, wie ich das ins Deutsche übersetze, aber ein Confused Mind always says no. Also ein verwirrter Kunde sagt immer nein. Deswegen muss man es dem Kunden so leicht wie möglich machen und wirklich minimale Optionen geben. Und das ist so der Ethos von einem Funnel. Also wirklich eine Aktion pro Seite und die Conversion-Rates sind dann viel besser. Das andere ist, dass du in einem Funnel oft eine Offerte zusammenbaust, die komplett anders sind wie all die anderen Produzenten. Ich habe das vorher schon, glaube ich, ein bisschen gesagt, aber ich meine, mittlerweile gibt es Millionen von Produzenten auf BeatStars alleine, die alle genau das Gleiche machen, die gleichen Beats für den gleichen Preispunkt verkaufen. Da ist es natürlich sehr schwer, da irgendwie seine Beats hervorzuheben und herauszustechen. Aber ein Weg, wie du das machen kannst, ist eine einmalige Offerte zusammenzustellen. Das heißt zum Beispiel, statt einem Beat verkaufst, du ein Paket von 10 Beats plus ein Mixing & Mastering Tutorial plus ein Promotion-Paket plus was weiß ich was. Man macht sich einfach Gedanken, was könnten meine Kunden alles noch gut gebrauchen. Und das Coole daran ist, dass du es dann für einen höheren Preispunkt verkaufen kannst und du stichst halt heraus aus dem Markt, weil du etwas anbietest, was andere nicht haben. Das sind so die zwei Hauptkerne von einer Forderstrategie im Vergleich zu einfach BeatStars oder einem BeatStore online. Okay, was würdest du jetzt konkret Produzenten da draußen oder vielleicht auch allgemein Musikern empfehlen, die sagen, hey, ich möchte gerne mehr darüber wissen. Was sind so Anlaufstellen, um mehr darüber zu lernen? Ja, wie du gesagt hast, ich habe mit Gabe von Legion Beats vor Jahren mal ein Training aufgenommen für Produzenten, wie man Sales Funnels aufbaut, wie man Marketing betreibt und so weiter. Ich glaube, das ist immer noch online auf midimoney.com. Das ist kostenlos zum Anschauen. Kann sich jeder gerne mal angucken und bei Fragen auch bei mir melden. Aber im Prinzip ist das Ganze aufgebaut auf Funnel-Softwares wie clickfunnels.com. Da gibt es auch wahnsinnig viele gute Tutorial-Videos. Und oft ist es ja so, dass man sich Sachen anschaut in anderen Industrien, die funktionieren und dann versucht, das für seine eigene Industrie einzusetzen. Das haben wir damals gemacht. Ich meine, Funnels gibt es schon seit 30, 40 Jahren, aber eben nicht in der Beat-Sales-Branche, sondern halt in Fitness-Tutorials oder Self-Help-Videos oder was weiß ich was. Wenn man dort einfach so ein bisschen weiterschaut aus der Musik heraus und sich anschaut, was online funktioniert und das dann diese Prinzipien quasi im Online-Beat-Selling-Markt benutzen kann, dann ist das eigentlich schon die halbe Miete. Ja, also kann ich auch dem eigentlich nur beisteuern. Ich bin auch auf einem dreitägigen Verkaufsseminar gewesen, wo mich ein guter Freund von mir hingeschleppt hatte in Frankfurt am Main, weil er gesagt hat, ey, Paul, du musst unbedingt lernen, auch besser zu verkaufen und ich glaube, als Produzent ist einem selbst oft gar nicht bewusst, wie sehr oder wie wenig man überhaupt über das Verkaufen eigentlich weiß und dann umso mehr man darüber lernt, umso mehr merkt man so, ey, ich hab das total ausgeblendet und ich sollte das viel mehr in den Fokus rücken, um halt erfolgreich zu sein, weil ich glaube halt, viele Leute produzieren halt Ewigkeiten Musik und sind halt auch echt gut darin, aber kommen halt irgendwann an den Punkt, wo sie halt frustriert sind und sich so denken, ey, irgendwie funktioniert hier gar nichts und irgendwie, ja, hören sie dann auf oder was auch immer oder sagen für sich, die machen es nur als Hobby. Gab es bei dir auch jemals so einen Punkt, wo du gesagt hast, ey, irgendwie, jetzt ist es so schwierig, ich würde es gerne hinwerfen, es lohnt sich halt finanziell nicht oder bist du dadurch, dass du sehr früh in dieses ganze Type-Game, sag ich mal, oder nicht Type-Game, sondern in dieses Beat-Lizenzen-Dinger reingewachsen bist, hat sich das alles so organisch angefühlt oder gab es auch mal Tiefpunkte? Natürlich gab es auch Tiefpunkte und das ist ja auch komplett normal. Besonders so in den frühen Tagen habe ich mich natürlich schon hinterfragt, so ist das jetzt wirklich das, was ich den Rest meines Lebens machen will. Ich meine, ich war damals in der Business-Schule, habe sogar ein paar Monate lang ein Investment-Banking in London gemacht, habe gemerkt, okay, das gefällt mir überhaupt nicht und bin dann Musikproduzent geworden. Auch nicht so der typische Werdegang, aber also die ersten so zehn Jahre, würde ich sagen, als Produzent war das für mich eher wie ein Lifestyle-Business und ich war damals schon happy, genug Geld zu verdienen, um meine Miete zu zahlen, Essen zu bezahlen, ein bisschen was zur Seite zu legen und das war auch okay für mich und dann würde ich sagen, so im zweiten Abschnitt, die letzten zehn Jahre, habe ich es dann ein bisschen mehr ernst genommen und wirklich auch ein Business aufgebaut, als ich gemerkt habe, okay, werde ich, wenn ich wirklich erfolgreich mit Produzent sein will, dann musste ich das alles ein bisschen seriöser angehen und dann habe ich, wie gesagt, so ein bisschen außerhalb von meiner Industrie halt geschaut, was geht da, okay, wie kann ich das dann im Beat-Selling dann auch anwenden und dann haben wir, ich glaube, vor acht Jahren oder so den ersten Beat-Selling Sales-Business online gestellt und ein paar Jahre später haben wir dann non-exclusive Artist-Licences auch eingeführt, so in die letzten vier, fünf Jahre oder so war das unser Main-Income. Genau wie wir damals halt quasi innovativ diese non-exclusive Beat-Lizenzen eingeführt haben, haben wir vor ein paar Jahren das Gleiche mit pre-recorded Artist-Vocus gemacht, also mit verschiedenen Celebrities, zum Beispiel Rick Ross, Snoop Dogg, haben wir quasi exklusive Vocal-Rechte gekauft und die dann non-exclusiv an andere Künstler weiterverkauft, oft zusammen mit Paketen von Beats in den Sales-Funnels und das war halt die letzten paar Jahre wirklich ein sehr, sehr profitables Business-Model für uns. Das finde ich auch sehr interessant, da würde mich persönlich jetzt interessieren, wie ist es denn, wenn jetzt ein Artist beispielsweise ein Feature kauft von sagen wir mal Rick Ross, kann er dann auch auf Spotify als so Feature angeben, dann erscheint es ja theoretisch auch auf Rick Ross seiner Spotify-Page, oder? Wie ist das? Oder gibt es da irgendwie dann so eine Sonderregelung, weil sonst würde ja Rick Ross sagen, ey, meine ganze Spotify-Page ist voll mit tausenden Features oder so. Ja genau, also man darf halt ihn nur als Feature angeben, nicht als Primary Artist. Wenn man ihn als Feature angibt, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie das Spotify-Algorithm funktioniert, aber ich glaube nicht, dass es dann jedes Mal erscheint, sondern nur, wenn der Track halt eine bestimmte Menge von Streams bekommt und populär ist. Das heißt, es ist nicht garantiert, dass es auf Rick Ross der Spotify-Main-Page landet, aber natürlich, wenn jemand auf YouTube oder Soundcloud oder sowas Rick Ross eingeht, bist du dann halt auch mit dabei in den Search-Results. Aber der Hauptgrund für Künstler, sich sowas zu kaufen, ist ja eigentlich eher so, also klar, man hat mehr Visibilität, man kommt vielleicht an mehr Fernseher ran, von diesen großen Künstlern, zum Beispiel Rick Ross, aber es ist ja auch für deine eigenen Fans aufregend und ein Grund, das neue Album zu kaufen. Und genauso gut kannst du auch in dein Resümee schreiben, hey, ich habe einen Track mit Rick Ross und dann macht es das viel leichter, Interviews zu bekommen, Magazinartikel, was weiß ich was, alles mögliche, Interviews mit Record-Labels und so, wenn du sagen kannst, hey, ich habe mit Rick Ross gearbeitet. Das öffnet natürlich jede Menge Türen, von daher ist es sehr attraktiv für die Künstler, selbst wenn sie nicht auf Rick Ross' Spotify Hauptseite landen. Auf jeden Fall, also ich finde auch ein extrem kluger Marketing-Move, wo natürlich beide Seiten extrem davon profitieren können, wie du es gerade schon ausgeführt hast. Also ich denke, irgendwann wird es auch im deutschsprachigen Markt kommen, wer weiß von wem. Du hast auch einen Award bekommen für einen Sales-Funnel, der eine Million Umsatz generiert hat, richtig? Vier davon habe ich bekommen, ja. Vier davon hast du insgesamt bekommen, okay. Ich hatte das letzte Interview, was ich gesehen habe, wo du darüber gesprochen hast, war vier Jahre her. Kann sein, dass das in der Zwischenzeit passiert ist. Dann würde mich interessieren, was war der erste Funnel, mit dem du einen Umsatz von einer Million erreicht hast? Der erste Funnel war tatsächlich unser Inner Circle Subscription. Also es ist quasi ein Programm, wo Künstler für 29,99 im Monat alle unsere neuen Beats geschickt bekommen. Und das hatte ich damals schon vor acht, neun Jahren oder so angefangen und aufgebaut. Also es hat eine Weile gedauert, bevor wir eine Million in Umsatz gemacht haben. Aber bis heute ist es noch sehr populär mit den Künstlern, weil es ist quasi so das Netflix von Beats. Du musst nicht mehr auf Beatstars halt hunderte von Beats dir anhören, sondern du bekommst von unserem Team einfach direkt jeden Monat neue Beats geschickt mit einer Lizenz und zusätzlich dazu halt noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel eine private Member, Facebook-Gruppe und so Sachen für Support, Networking, alles Mögliche. Das war unser erster Sales Funnel, der über eine Million gemacht hat. Der zweite war dann eines dieser Beats and Features Packs. Ich glaube sogar, der hat eines der ersten, die wir gemacht haben mit Rick Ross zusammen. Ich glaube, Dizzy Wright war noch mit dabei und ein paar andere. Yes, also du hast erzählt, dieses Beat-Paket, das ist ja heute immer noch online, also dieser Funnel läuft immer noch. Denkst du, so ein Abo-Modell, was ja sich in vielen Geschäftsbereichen etabliert hat, so Adobe waren so eine der ersten, die so damit angefangen haben, zu so einem Abo-Modell überzugehen, glaubst du, das hat auch für die Producer-Szene in Zukunft weiterhin relevant? Und das ist ein Geschäftsmodell, wo mehr Produzenten sagen sollten, hey, ich mache jetzt ein Abo-Modell? Auf jeden Fall. Ich finde ein Abo-Modell ist sehr interessant, weil es halt auch dein Einkommen als Produzent ein bisschen mehr predictable macht. Ich weiß jetzt nicht, wie man auf Deutsch sagt. Vorhersehbar. Oder planbar. Vorhersehbar. Du merkst, ich lebe schon lange nicht mehr in Deutschland. Und ja, als Produzent ist es ja so, dass du manchmal halt Monate hast, die richtig gut sind und dann Monate, die gar nicht gut sind, wo du fast gar nichts verkaufst. Und das kannst du eigentlich schlecht vorherplanen. Von daher ist so ein Abo-Modell halt schön, weil du weißt im Vornherein, okay, ich werde diesen Monat x Euro verdienen und kannst quasi damit planen. Und so eine Planungssicherheit ist ja eigentlich sehr wichtig, besonders wenn man so etwas macht wie Kunst oder Musik. Weil der Hauptgrund, warum Leute aufhören, dann Musik zu machen, ist ja, weil sie nicht genug Geld verdienen oder ihnen die Zeit ausgeht. Von daher ist es schon sehr wichtig zu wissen, okay, ich kann mindestens so viel verdienen jeden Monat. Ja, du hast ja auch andere Produzenten, die für dich arbeiten, weil viele fragen sich, hey, wie soll man denn sonst irgendwie das alles schaffen, das ganze Marketing-Game, dann eine eigene Webseite laufen zu lassen, dann 35 Beats noch gleichzeitig zu produzieren und so weiter und so fort. Wann war so der Punkt, wo du so gesagt hast, ich brauche jetzt irgendwie andere Leute und wie hat es dein Business verändert? Fast ganz am Anfang, ehrlich gesagt. So nach einem oder zwei Jahren habe ich halt gemerkt, wenn ich, wenn ich fast jeden Tag neues Material rausbringen will, damit ich damals halt in den Sell-Click-Charts immer weit oben bin, um das meiste Traffic zu bekommen, wäre es viel leichter, wenn ich ein Team zusammenstelle. Und ja, da habe ich ganz am Anfang, glaube ich, drei oder vier Produzenten sofort mit ins Team geholt und wir haben das zusammen gemacht und das hat mir halt extrem geholfen, weil ich dann mehr Zeit hatte, um Marketing zu machen, um all die anderen Dinge zu machen, die auch wichtig sind. Weil, wie du vorher gesagt hast, es ist halt nicht genug, einfach gute Beats zu haben und sich nur auf die Kunst selbst zu verlassen, sondern man muss sich auch quasi selbst inszenieren und gut im Business-Bereich werden. Ansonsten funktioniert das einfach nicht. Und ja, das hat mir extrem weitergeholfen. Heute haben wir elf Produzenten. Ehrlich gesagt, habe ich seit sechs Jahren, glaube ich, keinen eigenen Beat mehr produziert, sondern mich voll und ganz auf das Business-Development konzentriert. Ja, ist, ist, denke ich, auch eine sehr kluge Sache, weil ich glaube, viele Produzenten träumen auch davon, vielleicht eben oder gehen mit dieser naiven Einstellung daran, hey, ich mache halt einfach Musik, lade es irgendwo hoch, dann bin ich gut oder so individuell, dass die Leute mich feiern und dann kann ich davon leben und ich glaube, du ermöglichst ja auch den Produzenten, die für dich arbeiten, wiederum, dass die ein planbares Einkommen haben und dass die halt eigentlich genau ihren Traum leben können und da du ja wahrscheinlich aus dem Business-Bereich kommst und ich denke mal, das macht dir halt auch einfach viel Spaß. Man merkt, du bist da halt immer so hinterher und beliest dich da und deswegen warst du halt auch immer ganz früh mit dabei und hast so neue Modelle entwickelt und da ist es halt perfekt, wenn man sich so ein Team zusammenstellt aus den unterschiedlichsten Personen. Was würdest du sagen, wie sollte man denn da rangehen, wenn man jetzt sagt, okay, man ist halt so ein Produzent und man sagt halt, man will andere Leute haben. Also Beatmaking.de aktuell besteht hauptsächlich aus zwei Leuten. Wir haben ab und zu nochmal ein paar Leute, die halt Beats produzieren, aber wir haben halt niemanden fest. Und aktuell besteht das Team aus mir, der hauptsächlich die Beats produziert und sich ums Marketing kümmert, das Gesicht nach außen ist und aus Pascal, der hauptsächlich sich um die ganze Webseite kümmert. Also der macht die ganze Programmierung, die Gestaltung, er macht auch ein bisschen Beat, so haben wir uns kennengelernt, aber er ist hauptsächlich dafür zuständig. Ja, also erstmal, ich bin natürlich sehr stolz darauf, dass unser ganzes Team Fulltime-Producer sind, also Vollprofis quasi. Das ist schon cool, das zu ermöglichen für andere und deswegen mache ich es ja auch gerne. Also natürlich würde ich lieber manchmal Beat schrauben selber und einfach kreativ sein, aber ich habe mich halt darauf festgelegt, okay, ich habe dieses Business, ich habe auch die Responsibility mit den anderen Produzenten und habe diesen Werdegang eingeschlagen und das ist auch okay so. Aber für jemand anderes, der versucht, sich ein Team auf die Beine zu stellen, würde ich sagen, wenn es um das Kreative geht, also andere Produzenten, kommt halt vieles auch darauf an, wie kommst du mit dieser Person zurecht? Kannst du dich auf sie verlassen? Ist sie ein guter Arbeiter? Weil nur talentiert alleine zu sein, reicht leider nicht aus. Ich habe den Fehler am Anfang gemacht, wo ich manche Produzenten ins Team mitgenommen habe, die halt ein riesen Ego hatten, aber coole Beats gemacht haben und es hat dann einfach nicht funktioniert. Von daher finde ich, die Chemie im Team muss auf jeden Fall stimmen und das ist auch sehr wichtig. Ja, also ich glaube auch, so konstant etwas zu produzieren über Jahre hinweg ist so ein Ding, so eine Fähigkeit, die ich mir auch so angeeignet habe. Ich mache seit über zehn Jahren Beats und dieses ganze Beat-Verkaufen-Ding habe ich bestimmt vor sechs Jahren oder so damals halt angefangen, lange Zeit auf Beatstars und habe dann wirklich immer versucht, nur so Type-Beats auf YouTube rauszuhauen, habe dann da meinen Kanal nach und nach aufgebaut. Der wurde dann irgendwann mal gesperrt, weil ich dachte, es wäre eine coole Idee, meinen Kanal ein bisschen zu boosten, indem ich halt so Klicks mit Bots auf meine Videos hole. Auf jeden Fall kann ich eben abraten, der auf die Idee gekommen ist. Keine gute Idee. Dann habe ich einen neuen Kanal gemacht und es ist wirklich, man braucht einen sehr, sehr langen Atem. Also bis ich an den Punkt gekommen bin, dass ich ein regelmäßiges Einkommen, auch ein passives mehr oder weniger, durch diese Beats habe, hat wirklich sehr lange gedauert. Meine nächste Frage bezieht sich so ein bisschen auf den Wohnort. Ich selbst habe drei Jahre lang in Berlin gewohnt und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Berlin, bin nach Berlin gezogen für meine Ausbildung. Ich habe beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Deutschland einen Mediengestalter gelernt, weil ich so nach der Schule nicht wusste, okay, was will ich machen? Ich würde gerne irgendwie Musik machen, kann man das beruflich machen? Und das war so das Nächste, was da rangekommen ist. Und dann bin ich nach drei Jahren wieder zurückgezogen in meine kleine Heimatstadt, weil einfach Berlin extrem teuer ist und Berlin halt, man muss das halt mögen. Du wohnst ja selbst in L.A. Wie würdest du sagen, beeinflusst dich dein Wohnort auf deine Musikkarriere, weil gerade L.A. ist ja für uns Deutsche, aber auch für die Amerikaner so die Hauptstadt der Musik in Amerika? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich hier in Los Angeles lebe, also so eigentlich das Epizentrum von Musik und von Entertainment. Aber ich meine, ich habe angefangen so halb aus München und halb aus London. Klar, London hat auch eine große Musikszene, in München jetzt eher weniger, besonders so im Hip-Hop-Bereich. Aber eigentlich ist es ja heute relativ einfach von überall aus Kontakte aufzubauen. Und man kann das ganze Business ja online führen. Ich meine, ich könnte dir auf einer Hand aufzählen, wie viele Meetings ich face-to-face hier in L.A. dieses Jahr bisher gemacht habe. Obwohl all die Künstler eigentlich hier leben. Aber ich meine, selbst wenn einer in L.A. ist, schickst du ihnen ja eigentlich nur mittlerweile Files übers Internet. Also es ist sehr, sehr, ähm, es ist nicht sehr populär, heutzutage noch mit einem Künstler sich zusammenzusetzen im Studio. Natürlich ist das romantisch und wäre toll so, aber es ist einfach nicht so. Sondern man schickt sich die Files gegenseitig hin und her. Der Künstler hat sein eigenes Home-Studio, du hast als Producer dein Home-Studio und so werden halt die meisten Tracks heutzutage aufgenommen. Da ist es auf jeden Fall viel leichter heute, als es vor 20, 30 Jahren noch war, tatsächlich von überall aus der Welt aus eine Karriere aufzubauen als Produzent. Aber der einzige Grund, warum ich in L.A. bin, ist, weil ich es einfach halt, ähm, inspirierend finde, hier zu sein. Und es geht nicht nur unbedingt um, um die Musik, sondern auch, weil das Wetter toll ist, man kann jederzeit rausgehen, ähm, man kann an den Strand und solche Dinge, finde ich, sind vielleicht sogar noch viel wichtiger, damit du das meiste aus dir selbst rausholen kannst. Wenn du inspiriert bist, zu arbeiten, ähm, ob das jetzt Musik ist oder was komplett anderes wie die Natur, äh, finde ich schon sehr wichtig. Und da gefällt es mir halt hier in L.A. sehr gut. Äh, finde ich aber auch sehr gut, dass du diese Aussage machst, dass viele dieser Meetings auch gar nicht dort stattfinden. Ich habe so einen sehr guten Freund von mir, der ist halt Kameramann und der, ähm, hat für Apple Music gearbeitet und sein Arbeitsvertrag war dann da zu Ende. Und dann ist er nach L.A. geflogen in New York, um dazu Kontakte zu knüpfen und er hat so gesagt, so er würde halt gerne irgendwie da, weil er das Gefühl hat, hier so in Deutschland geht nichts. Aber ich glaube, so wie du halt gesagt hast, im Zeitalter des Internets gibt es so viele Möglichkeiten von egal wo auf der Welt zu arbeiten. Und ob das hier so ein, sage ich mal, so eine Kleinstadt ist, in der ich wohne oder irgendwo anders. Und das Tolle ist, was ich auch wirklich finde, wenn du in so einer Kleinstadt wohnst, wie ich hier, ich habe hier diese, diesen, dieses Studio gemietet, sage ich mal. Das sind zwei Räume, 45 Quadratmeter. Ich habe halt eine Küche. Ich habe hier meine Ruhe. Ich störe niemanden. Niemand stört mich. Und das Ganze kostet mich 240 Euro im Monat, was extrem wenig Geld ist, würde ich sagen, für deutsche Verhältnisse. Und gerade, wenn man nach Berlin schaut, also da kriegt man halt, wenn man Glück hat, für 400 Euro irgendwo einen Proberaum in einem Haus, wo ganz viele Bands spielen. Und da kann man dann halt nicht wirklich gut Musik produzieren. Und deswegen, glaube ich, sollte man sich auch nicht so sehr darauf versteifen, wo man genau wohnt. Und immer zu sagen, hey, das wäre jetzt so toll, wenn ich da bin und wenn ich jetzt nach Berlin ziehe oder so, dann ist es da viel besser. Ich glaube, man kann von überall aus produktiv sein. Ja, und du kannst ja auch jederzeit in den Zug steigen nach Berlin. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie, weiß nicht, Tage entfernt lebst, sondern wenn es tatsächlich irgendein Event gibt oder ein Meeting, kann man ja auch nach Berlin fahren. Das ist ja kein Problem. Bist du heutzutage noch häufig in Deutschland? Ich bin normalerweise so einmal im Jahr zu Hause, um meine Familie zu besuchen in München. Also meine Eltern wohnen noch dort. Mein Bruder und meine Schwester, die sind alle in München mittlerweile wieder. Waren auch eine Weile lang in London. Aber es ist natürlich schon weit von L.A. Ich meine, ich glaube, der Flug ist so zehn bis zwölf Stunden. Das ist dann schon eine ziemliche Distanz. Und mittlerweile habe ich zwei kleine Kinder, zwei kleine Jungs, mit denen nach Deutschland regelmäßig zu fliegen, ist, glaube ich, nicht so das Richtige. Gab es jemals in deinem Leben so einen Punkt, wo deine Eltern zu dir gesagt haben, ey Mensch, Junge, lass das mit der Musik sein, mach doch lieber was Vernünftiges, wo die das gar nicht verstanden haben, wie das überhaupt auch funktioniert? Weil ich glaube, gerade so für ältere Leute ist das sehr unverständlich, wenn man irgendwie plötzlich viel Geld übers Internet verdient, gerade zu der Zeit 2002. Besonders am Anfang waren meine Eltern jetzt nicht gerade begeistert davon, so von Investmentbanking zur Hip-Hop-Producer. Das ist natürlich vielleicht nicht der Traum von allen Eltern. Aber ich glaube, sie haben relativ schnell gemerkt, dass ich erstens, dass ich mich wohlgefühlt habe und glücklich war mit dem, was ich gemacht habe und zweitens, dass ich mich selbst erhalten konnte. Und von daher hoffe ich zumindest, dass die meisten Eltern damit schon zufrieden wären. Und ich meine, mittlerweile ist es ja so, dass ich mehr mit der Musik verdiene, als ich jemals es gemacht haben könnte als Investmentbanker. Von daher denke ich, haben wir alle die richtige Entscheidung getroffen. Okay, dann kommen wir zu dem letzten Thema, mit welchem ich noch, also was ich noch gerne mit dir besprechen würde und zwar aktuelles Thema künstliche Intelligenz. Die gewinnt ja zunehmend an Bedeutung und auch ich habe schon auf meinem YouTube-Kanal darüber Videos gemacht und habe Modelle wie Sora und Co. getestet und ich muss sagen, es wird immer besser und wenn man mal guckt, zum Beispiel dieses Video, wo Rill Smith Spaghetti gegessen hat vor einem Jahr und die Video-KIs, wo Rill Smith heute Spaghetti ist, da ist ein meilenweiter Unterschied und wenn ich schaue, wo sind wir heute mit den Musik-KIs, wo sind wir nächstes Jahr, in zwei oder in drei Jahren, glaube ich schon, dass das bedeutend besser wird. Ab welchem Punkt denkst du, dass AI wirklich gefährlich werden könnte für uns Musikproduzenten oder anders gefragt, für wen könnte es gefährlich werden? Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall im Moment wichtig ist, dein eigenes Brand und dein Image aufzubauen, weil als Künstler und als Produzent bist du ja nicht nur auf deine Musik angewiesen, sondern auch auf deine Persönlichkeit, auf dein Image, auf deine Brand. Für mich ist es so, dass mittlerweile die meisten Leute Arno Dominic Beats kennen und könnte jetzt ein KI zum Beispiel meine Beats nachbauen und etwas Ähnliches machen, natürlich, aber das wäre dann nicht das Gleiche, wie wenn einer ein Originalbeat von Arno Dominic Beats kauft, mit Lizenz, mit allem Möglichen. Von daher kommt es ja auch auf einiges mehr an als nur die Musik selbst. Ich denke schon, dass wir in den nächsten paar Jahren an einem technologischen Punkt angekommen sind, wo diese Programme tatsächlich gute Beats machen können, also auch Chart-Hits. Aber wie gesagt, die kommen dann von einem KI und können halt nicht zum Beispiel auf einen bestimmten Produzenten oder Künstler nachgeführt werden. Und ich finde, deswegen ist es halt sehr wichtig, heutzutage sich ein bisschen selbst zu inszenieren, sein eigenes Brand aufzubauen und auch ein persönliches Following zu haben, weil ich meine, die meisten Leute folgen ja nicht der Musik, sondern dem Künstler hinter der Musik. Also würdest du sagen, es ist, man sollte gucken, dass man sich als Produzent so gut aufstellt, dass man die Tools eher für sich nutzt, anstatt irgendwie dann eines Tages abgehängt zu werden, weil man eben nicht diese Personal Brand aufgebaut hat. Richtig. Ich finde es auf jeden Fall falsch zu sagen, ich will nichts mit KI zu tun haben, weil es wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen in all unserem Leben, auch in der Musik, in der Zukunft. Von daher finde ich es korrekter zu sagen, okay, ich schaue mir das an, ich will wissen, wie ich das für mich selbst nutzen kann, um mir zu helfen und vielleicht mein Business zu erweitern und zu vergrößern. Und ich meine, es gibt ja auch viele neue, viele neue Possibilitäten mit KI, zum Beispiel wurden wir von verschiedenen Firmen schon angerufen, um zu fragen, ob wir nicht Beats bauen könnten, um ihre KIs quasi einspeichern. So learning. Ja, also gibt es auf jeden Fall da neue Pfade für Produzenten, die sie auch einschlagen können, in lauter so verschiedenen Geschichten. Weil vieles von KI muss ja mittlerweile responsibly sourced sein, also die dürfen es ja nicht einfach alle Musik aus der ganzen Welt nehmen und ihre Systeme darauf trainieren zu lassen. Ich glaube, das war bei der Firma, die du gesagt hast, die haben ja auch gerade irgendwelche rechtlichen Probleme, oder? Genau. Bei Sora. Bei Sora, genau. Naja, das kann sein, da bin ich tatsächlich nicht so hinterher, aber das habe ich mich schon gefragt, weil wenn man da Sachen hat generieren lassen, die haben sich sehr, sehr, sehr ähnlich nach bekannten Künstlern angehört, wo man natürlich vermuten kann, dass das dadurch trainiert wurde. Benutzt ihr selber in eurem Business KI und wenn ja, für was? Ich habe so ein bisschen damit experimentiert, aber bisher noch keine richtigen Weets damit gebaut. Ich denke schon, dass wir das in den nächsten drei Jahren aber machen werden und damit weiter experimentieren. Ja, wie gesagt, es ist ein Tool, das man für sich verwenden kann und es ist besser, man versteht es und verwendet es für sich, als dass irgendjemand anderes es gegen dich verwendet quasi. Okay, dann als letzten Punkt habe ich noch, du hast neben Anno Domini Beats auch noch eine andere Webseite, wo du die sich an Produzenten richtet. Möchtest du kurz was darüber erzählen? Ja, gerne. Das ist modernproducers.com, das ist unsere E-Commerce-Plattform für VSTs, Sourkits, Drumkits und so weiter und ja, das haben wir auch schon vor, ich glaube, zwölf Jahren oder sowas gegründet. Rolf Zeltwood ist einer der populäreren Seiten online für Tools für Produzenten. Ja, ansonsten habe ich ja auch noch ein paar andere Dinge am Laufen midimoney.com, wie gesagt, das ist unsere Producer-Learning-Plattform und ja, ansonsten mache ich ein paar Immobilien-Sachen hier in Kalifornien, das macht mir auch gut Spaß. Okay, also Leute, für alle, die hochwertige Samples und VSTs suchen, schaut auf jeden Fall da mal vorbei und für alle Produzenten, die sagen, die möchten gerne mehr darüber wissen, ich packe die Links dann auch gerne unten rein in die Videobeschreibung. Yes, dann warst du es soweit mit allen Fragen, die ich soweit vorbereitet habe, dann bedanke ich mich auf jeden Fall riesig für das tolle Interview und dass du dir die Zeit genommen hast. Gibt es noch irgendwas, was du gerne den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest zum Abschluss? Ja, falls jemand Fragen hat, wendet sich gerne an mich auf Instagram at erno-dominie-beats. Ansonsten hat es mir Spaß gemacht, danke. Okay, dann hoffe ich, alle, die den Podcast bisher gehört haben, haben den Kanal auch schon abonniert. Wenn nicht, hol das auf jeden Fall jetzt nach. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut, bis bald und ciao. Ciao. Vielen Dank.